Im Namen des Führers ist der Gnadengesuch abgewiesen. Das Urteil wird unverzüglich vollstreckt. Das Urteil ist vollstreckt. Sie heißen Josef Preissler, geboren am 2. Dezember 1903. Im Namen des Führers ist der Gnadengesuch abgewiesen. Das Urteil wird unverzüglich vollstreckt. Poslední bitwa spláhla. Dejme se na pochod. Drei Mann! Liegt putz! Wann die Bergerschaft? Wann bei der Schulden? Wann die Wermer sagt der Gnadengesuch abgewiesen! Wann die Wann nach! Wann die 독en? Wann die Wann nicht, warum? Wann die Wann nicht nur noch im Gehirnsuch abgewiesen? Wann die Wann nicht nur noch rufe. Untertitelung. BR 2018